In Favoriten ist seit Jahresbeginn das Tageszentrum Plus des Fonds Soziales Wien in Betrieb. Hier werden Seniorinnen und Senioren Montag bis Freitag von frühmorgens bis spät am Abend sowie an Wochenenden und Feiertagen umfassend betreut. Die erweiterten Öffnungszeiten bringen noch mehr Unterstützung für ihre Angehörigen. Jetzt habe ich Zeit und kann das machen. Ich habe auch Ortsbesuche und alles. Es ist irgendwas zum Tun, was ich nicht machen kann, wenn er da ist. Also kann ich das alles erledigen oder kann einmal bummeln gehen, was leider so nicht mehr geht. Es wird Bingo gespielt, es wird gesungen, es wird getanzt, es wird gemalt, es wird bastelt. Wir können gerade, wenn wir Zeit haben zu Hause, einmal Samstag oder Sonntag, wenn wir alle zusammenkommen und Karten spielen. Das war's dann. Das Tageszentrum legt viel Wert auf Bewegung. Physiotherapeutin Verena achtet auf Abwechslung und darauf, dass für jeden das passende Training angeboten wird. Es sind sehr viele, die kommen extra zur Physiotherapie oder weil sie wissen, dass sie von einer Therapeutin betreut werden. Es ist ihnen wichtig, dass wirklich exakt, ja professionell mit ihren Gelenken, mit ihrer Wirbelsäule umgegangen wird, damit da jemand ist, der sich wirklich gut auskennt. Aber es soll natürlich die ganze Gruppenaktivität auch Spaß machen. Sogar Yoga steht auf dem Programm. Alleine zu Hause macht man die Übungen halt nicht so gerne, aber in der Gruppe und mit einer Therapeutin vergeht die Zeit sehr schnell und da, ja, macht einfach Spaß. Das Angebot wird vom professionellen Personal abgewickelt und ist genau auf die Seniorinnen und Senioren abgestimmt. Die Leute werden hier nicht nur versorgt, sondern es gibt ein ganz tolles Programm. Das geht von der Physio über die Ergotherapie, über die Pflege. Wir haben auch Kreativ-Animateure. Das Tageszentrum Plus ist ein erweiterter Betrieb. Wir haben normalerweise von 8 bis 17 Uhr offen. Und hier im Tageszentrum Favoriten haben wir von 8 bis 22 Uhr offen. Die Leute können in Blöcken kommen, also sie können wählen, ob sie Vormittag kommen oder Nachmittag oder den ganzen Tag. Und ob sie bis 22 Uhr bleiben. Das neue Tageszentrum Plus kommt bei den Seniorinnen und Senioren super an. Theresa Kehrt ist mit 96 Jahren eine der ältesten Kundinnen. Ich tue immer ein bisschen mit. Alles geht nicht mehr mehr. Aber wann ich kann, mache ich mit. Zu 90 Prozent. Ein Tag ohne Freizeitbeschäftigung im Tageszentrum Plus ist für Frau Kehrt undenkbar. Ja, mir gefällt es gut. Schauen Sie, wenn man zu Hause ist, die Tochter ist wohl zu Hause. Aber man ist allein. Und da hat man die ganzen Leute. Das ist anders. Ich wollte nicht her. Aber jetzt will ich nicht weg. Alle Infos zum Tageszentrum Plus online auf tageszentren.at oder telefonisch unter 01 601 91 86 00.